So, und noch... Ah, da ist er schon weiter. Passt, wir sind jetzt gerade wieder dabei, da weiterzumachen. Ich bin jetzt noch kurz von da unten nach der Affe gelaufen. Und hab... Ah, ist da angefangen! Und mich nervt... Nein, hier rekord mit unserer Community. Und da nervt mir gerade einer irgendein Bot-Set, der was mit mir unbedingt ein Duell machen will, keine Ahnung. Der was von mir will, irgendein Hunter. Nicht mehr wurscht, gehen wir weiter. Ja. Jetzt hat er gerade die im Target. Ich glaub, der willst was von dir. So! So, komm sehr klar, alle miteinander, alle her da, her da, her da, her da! Her da! So. Geht ja sehr, sehr schnell! So. 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 äh, naja... Ich könnte ihn dann eigentlich kaufen, aber... Na! Wo bist der gierige Hund da? So... Warte mal... Ich bin ganz ober! Dann... Was geht euch durch den Kopf? Seid auf der Hut! Wir haben geöffnet! Man sieht sich! So... Ochte... Ochte... Dreimal kaufen! Was ist? Hm? Auch da tauschen darfst du aus! In der Zeina! Jetzt tauscht sie nicht aus! Ist urscht! Wenn du das Geld hast! Hm? Wenn du das Geld hast! Jetzt weiß ich wieder nicht, warum das auf einmal nicht mehr funktioniert! Scha... Kann ich das nicht austauschen? Dann... Geht mir nicht ein! Neue Tasche auf alte Tasche drauf! Fertig! Geht nicht! Lass doch nicht! Muss kein! Du hast doch nicht! Ich hab mich ja genauso gemacht! Keine Ahnung warum das so ein Spinner hat! Na gut! Na gut! Dann hätte ich gesagt! Wir beenden dieses Let's Play! Diesen Part mit einem Bug! Den du nicht umgehen kannst! Na passt! Gut! Ich hoffe euch hat's wieder gefallen! Wenn's euch gefallen hat! Abonniert's! Kommentiert's! Favorisiert's uns! Ha! Jetzt haben wir endlich Scheiße gesagt! Ja! Und... Ja! Und bis zum nächsten Mal! Danke! Ich wünsch euch allen was! Grüß euch! So! Willkommen zurück zu dem Let's Play WoW von Dedra und Chabra! Hallöchen! Äh... Wir sind grad auf dem Weg noch eine kleine Diskussion wenn wir weiterquesten zum Steinkrallengebirge Ich hoffe auf jeden Fall dass wir da jetzt richtig ankommen! Weil sonst können wir... suchen! Wann wir hin müssen! Ja... Eigentlich fliegen wir da jetzt eine Wahl! Und... Ja! Nein, dauert ja nicht mehr so lange! Nein! So, jetzt bist du kurz wieder vor mir gewesen! Jetzt bist du wieder weg! Naja, die Magie, die sollten wir die Unsichtbarkeitszauber ver... So! Äh... Der Magie sollte man die Unsicht... Bäh... Und... Da, jetzt ist der da... Naja... Ich kann nicht mehr rein! Ah! So! Grünes Grün! So, ich sehe euch noch keine Quests auf der Minimap, das schaut... Was bingst du denn da auf der Minimap? Da fixe ich aber 10 Ader! Null Stein... Und Null Quests! Na dann... Irgendwie sind wir... Irgendwie falsch! Äh...